Ja! 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 Das erste Tor hier bei FIFA 16! Wuhu! Ja! Wie geil! Wie hier am Ende in der Hose! So, weiter geht's hier am 9. Bundesliga-Spieltag. Der Auftakt ist von mir total in die Hose gegangen. Null. Äh, ich sag hier gar nichts. Ich sag hier gar nichts. Das Video schaut euch an vom Freitagabend Mainz gegen Dortmund. An meiner Seite darf ich auf jeden Fall heute wieder Alex begrüßen. Ja gut. Und dann fangen wir an mit der Partie Augsburg wieder. Genau. Gegen Darmstadt. Gegen Darmstadt. Wie einen ziemlich guten Start, die Bundesliga gehabt haben. Ja. Auf jeden Fall. Mein Gott, hier ist aber neblig. Das hatten wir bei FIFA, glaub ich, auch noch nicht. Vielleicht bringt mir das Glück. Und mein Tor! Nee. Ähm, das soll jetzt so sein, dass in FIFA unterm Spiel auch das Wetter ändert. Ah, okay. Das ist ja interessant. Okay, Alex. Ich meine, der ist doch schnell. Ja, der ist schnell. Da hab ich doch mal was gehört, dass der schnell ist. Aber eben nicht zweikammstark. Das muss nicht so ganz. Aber ich glaub, den hätte ablaufen müssen. Grunddorf. Jetzt. Oh, pfff. Oh, nein. Oh, und jetzt. Ja! Ja! Oh, ganz stark. Nein! Oh! Nein! Komm, bitte. Oh, spiel doch gleich. Weiter! Was geht da wieder gut los hier? Daniel! Ah! Daniel! Ihr seid doch bekloppt! Das waren schon wieder zwei richtig schlimme Fehlpässe. Komm! Er wurde eben nicht. Und Opare, der ist richtig schnell. Der hat, glaube ich, 89 Geschwindigkeit als Rechtsverteidiger. Boah! Der Bulli. Und so jemanden ablösefrei zu bekommen? Ja. Gut gemacht. Weiß ja nicht. Ich hab den noch nicht spielen gesehen. Aber der soll richtig stark sein. Oh! Da musst du direkt raufziehen! Und da passt Raken. Aus der zweiten Reihe mal. Naja. Immerhin. Hab ich mir das Tor irgendwie anvisieren können. Hast du das Ding? Augsburg hat ja in der Europa League. Beide Spiele jetzt verloren. Schade eigentlich. Hast du das gegen Partizan mitbekommen? 30 oder 27, 30 Torschüsse. Sowas. Und Kai. Und nicht mehr als ein Tor. Also verdient hätten sie es auf jeden Fall. Oh! Was denn? Was macht er da? Ein paar Fehlentscheidungen vom Schiedssee gab es auch noch. Ja. Wo man sich nach dem Spiel dann auch noch entschuldigt hat. Aber mein Gott. Davon kannst du dir dann auch nicht mehr kaufen. So ist das dann leider. Ja schade! Strohengel. Na gut. Komm. Boah! Was machst du? Oh nein. Nicht aufregen. Nicht schon wieder aufregen eh. Oh nein. Werner. Was machst du? Spiel! Werner. Ach komm. Nö. Ja. Schieße bitte nicht. Aber ein besserer Auftakt als im letzten Spiel. Ja. Ja. Ich versuche jetzt einfach mal häufiger zu schießen. So wie können wir das mal. Oh. Der ist durchgegangen. Ich mach das lieber nicht mehr. Ich mach das lieber nicht mehr. Aber meine Fehlpässe und so. Ich habe hier echt kein Aufbauspiel. Als wenn dann irgendwie einfach nur nach vorne gedrescht und das war's. Mit Glück kommt er an. Ja. Oder halt ein Fehlpass. Ja. Oder so. Genau. Aber dass ich hier irgendwie mich ein bisschen durchkombiniere. Das sieht man leider gar nicht. Weil ich verliere ihn sofort. So. Das mal erstmal erstmal so ein bisschen probieren. Nun. Gibt's doch überhaupt nicht. Das ist. Gut gemacht. Ja. Und der. Abseits. Achso. Oh. Abseits vom Rausch. Naja. Gut. Komm mal hier rüber ran. Danke. Oh. Ich meine. Ihr Augsburger müsst das eigentlich gewinnen. Ach du Mist. Nein. Nein. Oh. Oh. Kaum sag ich es. Gehst du in Führung. Na super. Ich meine. Darmstadt muss das gewinnen. Ja. 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 Sein Liebling. Ja. Das war richtig gut. Und dann noch gegen Hannover. Und dann noch gegen Hannover. nicht rein. Und das wird halt von manchem Schiedsrichter dann auch schon gleich mal mit rot gehandelt. Da musst du eben dann aufpassen. Ja. 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 Super Pass. Nein. Bleib im Kasten. Geschicktes Torbeispiel hier von Marvin Hitz. Weiter weiter. Och. Scheiße. Die Nummer 7. Der Spielmacher läuft jetzt hier einfach mal durch. Ah. Polverhack. Schneller. Schneller. Hol dir den Ball. Dort viel zu lang. Oieieieiei. Kleiner Ball. Da ist erstmal ein Ohr. Ein Quick Ball. Eine kleine Ballrolle. Und schon macht er sich hier extrem viel Platz. Schickt Daniel Beuer. Und dann ist der Tochter. Ey. Ich werd bekloppt. Was ist denn heute los? Also schönes Tor von dir. Muss man ja sagen. Der Ball und dann Beuer mit dem Abschluss. Und die haben wir natürlich drin. 2 zu 0. Nach 39 Minuten. 2 zu 0. Wir müssen jetzt mal aufwachen und ein bisschen was zustande bekommen. So. Nach 30 Minuten. Denkt man nach dem Aufsteiger gegen Augsburger auch. So hoffe ich zumindest, dass es auch aussieht. Nach 39 Minuten 2 zu 0. Und aber am besten die Darmstätte mit Kahn. Oh. Ecke. Das war ne gute Ritsche von Wagner. Klar war. Komm. Ecken konnte ich mal. bei FIFA 15 immer. Ach. Und die war gar nicht schlecht. Marvin jetzt pariert. Konstantin Rausch. Komm schon. Gut so. Gut so. Ach. Schlechter Ball. Die. Ja. Oh. Schade. Gibt es ein Eckball? Ich glaube nicht. Neppen. Ja. Oh. Jetzt zeig ich dir mal, wie schnell Opare ist. So, 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 so. Ja, gut. Oh nein, da ist er ja schon wieder. Ja, alles riskiert. Jetzt, los, Ramm. Der Mann mit dem Bart. Weiter, Mann, da musst du doch pfeifen. Hä? Das war kein Roll. Ja, und dann pfeift er da ab, oder was? Ach, das ist ja bitter. Also 2 zu 0 liegen wir hinten. Sieben Schüsse. Keiner drin. Fünf aufs Tor. Das kann ich nicht glauben. Also ich glaube nicht, dass das so stimmt. Also ich habe ja zumindest häufig aus der zweiten Reihe mal versucht, draufzuziehen. Ah ja, das kann sein. Aber kein Tor, das sagt ja alles. Doch, ja, das kannst du doch nicht abpfeifen. Das war super gegrätscht. Komm jetzt, wo ist hier jetzt der Spieler, den man anspielen kann? Dem braucht man nämlich hier zum Beispiel. Wo? Zack, zack. Zack, da. Komm, Freunde. Dann generiert man somit Raum. Wir geben jetzt alles. Oh. Und dann. Jetzt ist Silence. Dann knallt es auch mal hinten. Und Strohengel hat viel Platz. Und jetzt. Ja. 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 Das erste Tor hier bei FIFA 16. Wie geil. Wie ich hier am Ende nach oben geholt. Na endlich. Es war ein, komm, es war ein Teamer. Nein. Das habe ich nicht verdient. Sehe ich schon. Sehe ich schon so. Nein. Wo bei dir ist das? Oh. Klazen. Meine Fresse. Wiese Bobadier. Unglaublich. Ah, nee. Aber ich glaube, ich habe einfach, ich glaube, die Lattenschüsse zählen nicht als Schüsse aufs Tor. Kann sein, ja. Konstantin Raus. Gute Flanke. Die Flanke Seidel. Ach, schade. Oh. Da macht's Bobadier. Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Was, ich? Hab doch nicht gemacht. Unfair. Hab ich auch nicht verstanden. Ganz stark. Ja. Super. Yo. Oh. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Oh. Und jetzt wechseln wir. Oh. Was mache ich? Ich bring mal einen, der für die, den kennt man vielleicht noch vom HSV. Ein sehr bekannte, der auch mal in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Können wir mal kurz raten. Und jetzt können wir wieder aufhören zu raten. Na, kommt die Auflösung? Jetzt kommt gleich die Auflösung. Wenn der Ton mal fertig wäre. Ach so. Okay. Ich dachte, du sagst das noch. Ich hab nämlich selber jetzt auch gewechselt. Oh. Okay. So, und jetzt kommt. Oh. Jetzt hab ich sie übersprungen. Scheiße. 740 oben. Ah, Kajubi. Und jetzt kommt. Nein. Turovsky. Turovsky. Natürlich. So, der, das ist mal, oh. Das ist ein Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt musst du aufpassen. Oh, fuck. Wenn der vorher schon so ahnt ist. Oh, nein. Was macht der jetzt? Bitte nicht. Gelb. Gelb. Schwein gehabt. Hast du noch mal Glück gehabt? Ja, aber wirklich. Habe ich einen Linksfuß? Habe ich einen Linksfuß? Wieso habe ich... Ja, ich habe einen Linksfuß, aber der kann überhaupt gar nichts. Wieso? Wieso tut die mir sowas an? Zack. Zau ich da mal drauf. Ja. Alter, wäre ich als Torwart, glaube ich, nicht einfach so stehen geblieben. Nee. Aber als Rechtsfuß kann man da nicht viel mal nicht brauchen. Linksfuß, ich glaube, ich habe... Gerade eben habe ich Werner ausgewechselt. Ja, hattest du. Hm, stimmt. Oh, mein Gott. Ach, Mist. Kajubi. Einhaken, zweihaken. Ganz stark. Und Turovsky. Ah, behindert euch nicht schon wieder hier. Oh, ich hasse Torwartabwürfe. Der Mann kann schießen. Ja. Der Mann kann schießen, genauso wie Rauhubi, der schienen kann. Ach. Aber Rauhubi hat es heute noch nicht geschafft, so ein Tor. Da hat es heute noch nicht ganz gereicht. Ein Eigentor kann er machen. Das, äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ach, ja. Weiter, weiter. Jetzt, da am Start. Komm, ich will wieder was von dir sehen. Ein zweites Tor und dann... Oh, scheiße. Alles wieder gut. Einmal, zwei, drei, vier. Oh, nein. Und jetzt. Oh, ich möchte ihn auswechseln. Wie so definitioniert er. Also, super. Ja, zack. Einmal vorbeigezogen. Zweimal vorbeigezogen. Und dann macht er das natürlich. Ja. Eiskalt. Super Tor. Oh, Schöze, Raul, Boba, die... Ah. Und jetzt mal aufwarten, hier. Oh, da kommt... Ach. ...die Darmstädte. Und dann kommt natürlich so ein Fehlpässe ganz. Ah, jetzt komm. Scheiße. Boba, jetzt hau mal den Ball raus. Nicht so. Ja, ey. Das ist ja zum Übergeben hier. Sulu. 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 Mann, da kommt wieder kein Ball mehr an. Jetzt hau den Ball raus. Mein Gott, das ist unglaublich. Schneller spielen. Ja, im Endeffekt verteidigen wäre jetzt gut. Oh, oder auch nicht. Komm, irgendwie jetzt. Zack. Zack. Oh, ich wollte... Oh, das gibt's doch nicht. Mann, der wäre außen ganz freigestellt. Oh, noch weiter. Ich hasse Torhüterabwürfe. Meine Fresse. Ja, oh gut. Boah, dann nehme ich ihn doch noch mit. Hier erinnere ich dich das nächste Mal, dass du ihn am besten rausschlagen solltest. Mach jetzt. Was? Gab's da jetzt auch noch. Really? Ja, da läuft der Ball. Rosenthal. Den kennt doch... Meine Fresse. Oh, scheiße. Oh, der fliegt vom Platz. So viel ist sicher. Der hatte schon gelb. Ja, gut gemacht. Jetzt gibt's... Es gibt keine gelbe Karte. Nee, gibt doch nachträglich nichts mehr. Hätte ich jetzt gedacht. Unglaublich. Zehn Minuten noch. Also das? Ja, hätte ich auch gedacht. So, und Daniel Beyer mal. Oh Mann, das war ja eigentlich auch ein taktisches Foul und von der Herde war es eigentlich auch eine gelbe. Ja. Wohl, da hätte ich Ohren. Oh, das war Abseits, oder was? Nee, Freistoß. Sehr gute Position. So. Komm, Opa, jetzt hau mal. Weißt du? Genau. Was machst du? Ey, ich hasse die Pässe hier bei FIFA 16. Torwart. Oh, komm doch einfach entgegen und knall ihn direkt nach vorne. Oh, jetzt hast du mal Glück gehabt mit deinem Torwart-Abwurf. Ja, ich hab extra nicht geworfen. Ach, du hast geschlagen. Ja. Und? Guter Block. Oh, shit, ey. Komm, wir jetzt nochmal hier gucken. Komm mal kurz ran. Komm, komm, komm. Oh, Mannu. Schade. Voll Depp. Voll Depp. Ey, ich krieg die Griese, aber egal. Komm, du bist schneller als der Stürmer. Oh, du sollst doch einfach... Nee, oh. Er sollte passen, der Trottel. Komm, fühl ihn halt kurz aus. Er ist gefährlich geworden. Oh, pang. Okay. Oh, nee, schlecht. Oh, okay. Ähm, okay, guter Freistoß. Bin ich gut? Noch besser? Ja, gute Flanke. Oh. 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 Juhu. 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 Hey, 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 hey. Oh, lass mich in Ruhe da oben. Stopp jetzt mal hier. Hey. Ja. Nein. Oh. Die Riesenchance. Chance. Ich werd... Nee. Torwart, alle sind vorne. Und... Nein, den hält er. Nein. Dreh die... Freistoß. Freistoß. Oh, Gott, ey. Kommt sie. Kommt sie alle ran hier. Ich hab noch nie einen Freistoß geschossen, logischerweise. Nein. Nein. Zu schwach. Das war's. Oh, da hätten wir fast noch den Ausgleich erzielt. Ist das bitter. Ja, 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 ja. War es ein Spiel? Oh, nein. Das muss für jeden Fußball... Ah, das war ein echt gutes Spiel. Gott, solche unglaublich spannenden letzten Minuten hier. Ja, also ich finde, für die Leistung hätte ich mir eigentlich noch ein Pünktchen verdient. Also, jetzt zu verlieren, das ist immer richtig bitter. Schade. Also, ich schau mal noch mal das Tor an von Mario Vrancic. Ah, aber mal sowas von dem Ding. Winkel gehämmert. Der war ja zu platziert gleich. Okay. Ich schau noch mal das 3 zu 2 an hier. Ah, versenkt. Tobias Werner, das war das 1-0. Schade. Daniel Bayer, das war das... Was war das jetzt? Ach, das war das 2-0. Ja. Hier von Tobi Werner. Äh, von Tobi Werner, von Daniel Bayer. Das 2-1 von Marco Seiler, dem Mann mit dem... Und dann hier noch mal die Fast-Rettungsaktion. Und dann hier noch mal die Fast-Rettungsaktion. Na gut, Freunde, also das war auch die zweite Partie gegen Alex an diesem Wochenende. Es hat mir Spaß gemacht und beim nächsten Mal bin ich dann wieder am Punkten. Das verspreche ich. Okay, da versprechen wir nicht zu viel. Tschüss.